Ah, ich weiß nicht wer den AC-130 Schützen macht. Ach, das werde ich dann schon feststellen. Also, ich hoffe, dass ich den Schützen mache. Meine Damen und Herren, willkommen hier wieder im Micorex Studio. Wir haben nämlich ein Video noch offen. Nämlich die Sicht aus dem AC-160er. Oder Angie? Jetzt wird's spannend, oder? Ja. Meine Schwester telefoniert wieder mit mir übers Handy, wenn man sie nicht hört, weil sie noch kein Headset hat für Skype. 5 Euro ist zu teuer, gell, für Skype? Für Headset. Sie muss sparen. Sie kommt nämlich nur zur Bundeswehr und da verdient man so wenig. Da wird man so schlecht bezahlt in der Bundeswehr. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich bin. Warte auf andere Mitspieler, das ist nichts Besonderes. Ich bin oben. Bereit machen. Die Raketenstellungen im Gebiet neben unsere Luftunterstützung ins Visier sofort ausschalten. Gefeuert! Erwischt! Er steckt immer hinter der Wand dabei. Gute Schuss! Geschützfeuerheit! Ja, ich muss jetzt schnell schnell. Er ist erledigt. Der Kriegermannflug. Und los geht's! Ja, bleibt's nicht schlecht! Gefeuert! Die Treffer sind zu nah bei den Verbündeten. Ich wiederhole, die Einschüsse sind zu nah. Direkte Treffer! Der hat mich jetzt geschimpft. Er ist erledigt. Vorsichtig! Nicht auf Verbündete Feuer! Bleibt dabei noch versteckt! Ich sehe ihn hier! Guter Schuss! Bist du drin im Haus? Drin kann ich... Drin kann ich dir nicht helfen! Ich warte jetzt nur auf den Helikoptern, wo das kommen sollte. Freutliche Flieger im Anflug! Ich habe jetzt eh schon die Hau noch drauf. Ich habe jetzt die Hau noch drauf. Ich habe jetzt die Hau noch drauf. Gut gemacht! Gut! Jetzt kommt's auf hier! Die Tür muss überbrückt werden, bevor es weiter geht. Aufwand der Sattelar unter dem Jungs! Er hat dabei noch kurz stehen! Da kann ich gehen! Erwischt! So! Kamita kann's gehen! Gut! Bannis! Was ist denn die Van? Hat dich ohne erschossen, oder? Freutliche Flieger im Anflug! Machen Sie sich bereit! Die Töchter sind zu da bei den Familien. Ich wiederhole, die Einschüsse sind zu weit! So! Crew in Unter! Er ist erledigt! Die Hau noch nicht! Warte, warte, warte! Erwischt! Wutterschuss! Und los geht's! Fahre! Vorsicht! Das sind fast unsere Jungs getroffen! Mitte! Neue Zehl! Aqui ein Stierengel! More efic! Direkte Treffer! Die Uhr läuft! Ah, läuft gut, ne? Wunderbar, es kommt ganz ruhig, wir haben uns vorsichtig. Am Haupteingang ist ein Sicherheit hier. Wunderbar, wir müssen uns überbrückt werden, bevor es weiter geht. Gesteck dich ein bisschen, mach da meine Nahrung sauber. Guter Schuss. Gesteck dich ein bisschen, mach da meine Nahrung sauber. Erwischt. Kannst da oben rein, genau, ich seh dich eh. Wir haben keine Zeit mehr, gute Arbeit. Warte noch kurz, ja genau, warte noch. Warte, 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 ja, ja, ja. Und los geht's. Jetzt rennt durch. Wunder Schuss. So, Bahn ist frei, rennt durch, ich mach die Nahrung sauber. Und los geht's. Nein! Achten Sie auf die Zeit. Ich konnte ja nicht schießen, aber nein, nochmal, das schaffen wir schon. So, das dritte Mal schaffen wir's. Machen Sie sich bereit. Gefeuert! Die Raketenstellungen in die Flügel sind in die Flügel. Sofort aushalten. Pro, gehen runter. Direkte Treffer. So, los geht's. Ich bin da mal flogen. Ah, das blöde Nachladen auch dabei. Erwischt. Gefeuert! Wer ist erledigt? Erwischt. Sauber. Erwischt. Erwischt. Gefeuert! Und los geht's. Gefeuert! 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 Direkte Treffer. Ich weiß gar nicht mal, wo du bist, genau. Er ist erledigt. Erwischt. Erwischt. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Gefeuert! Und los geht's. Die Treffer sind zu nah bei den Verbündeten. Ich wiederhole, die Einschüsse sind zu nah. Jetzt geh durch. Wird länger was boxt, Joe. Ich kann ihn immer gucken. Ich hab da einen Rennseer hier oben. Aber was ist du? extinct pruebelglugню! possessives Raketen in der Luft! Wiederhole, Raketen in der Luft... Ber repeatedly, Birke. Die Zeit ist fast vorbei! Ja, wir müssen mal da durchkommen. Warte! Ich hab dich nicht... Bleib mal eine Sekunde noch drin. In der Gebäude. Jetzt kannst du rauskommen. Wir fliegen ja nicht und ziehen dich hoch, gell. Er ist erledigt. Erwischt. Das ist... Gefeuert! Er ist erledigt. Gefeuert! Zauber! Erwischt! Schaut gut aus, Andy. Zauber, großer kommt! Vorsichtig, nicht auf verbündete Feuer! Direkte Treffer! Hinter dir ist nichts mehr. Puh, ich hab dich ein wenig gestriffen. Aber das magst du schon, gell. Freibliche Fliegerwarnflug. Gefeuert! Vorsicht, deshalb lassen unsere Jungs getroffen. Wir schützen mich halt! Sie haben keine Zeit mehr. Du bist voll schnell jetzt! Verteidigungssystem inaktiv. Gut gemacht! Gefeuert! Am Haupteingang ist das Sicherheit. Die Tür muss überbrückt werden, bevor es weiter geht. Und los geht's! Er ist erledigt. Warte, wenn's durchgeht. Ich seh dich schon. Gefeuert! Zauber! Ich schieße nicht mehr zu dir, okay? Freibliche Fliegerwarnflug! Guter Schuss! Gute Arbeit! Jetzt war weiter! Ja, 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 ja! Ich halte nur noch drauf! Bleib dabei noch versteckt! Direkte Treffer! Erwischt! Bleib noch drinnen, das Auto! Jetzt kann's durchkommen! Ja! Der ist erledigt! Und los geht's! Wir haben jetzt keine Zeit mehr! Ja! Super! Weil da waren noch zwei! Die hab ich gerade noch für dich! Yo! Diesmal waren wir gut! 85 habe ich 5! Du, das ist wunderbar! Yeah! Jetzt können wir das endlich wegschütteln!